Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem Sprungturm-Dreh-Kugel-Bug. So habe ich ihn jetzt einfach mal getauft. Und genau darum soll es in diesem Video auch gehen. Ich zeige euch, wie ihr euch selber zu so einer drehenden Kugel verwandeln könnt. Zu allererst mal, ihr braucht mehrere Versuche, das wird nicht auf Anhieb gelingen. Und ihr braucht dafür eigentlich nicht viel mehr als eine Taucherbrille. Ihr seid damit nicht an Löwenstein gebunden, sondern ihr könnt das auch noch an anderen Orten machen. Das werdet ihr auch noch im Video sehen. Und ihr müsst im Prinzip nicht mehr machen, als euch von dieser Plattform runter zu begeben und dabei den Zweier-Skill gedrückt zu halten. Gefühlsmäßig würde ich sagen, wenn ihr die linke und rechte Maustaste gleichzeitig drückt, das heißt ihr quasi damit nach vorne lauft, eure Chancen höher sind. Ob es nun wirklich der Fall ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ihr bleibt in dieser rollenden Kugel so lange, bis ihr einen Skill benutzt oder irgendwie anders da rausgeholt werdet, indem ihr angegriffen werdet oder ähnliches. Ihr könnt allerdings Wegmark nutzen, jedoch keine Portale. Ihr seid wie gesagt nicht an ein Gebiet gebunden. Hier haben wir es gerade in der Provinz Metrica gesehen. Ihr werdet das gleich auch noch mal in Rathasum selbst sehen. Und ihr könnt damit Freunde beeindrucken, wenn ihr wollt, oder ähnliche Dinge mitmachen. Das Wichtige dabei ist, diese rollende Kugel sehen nur Leute, die in dem Moment in eurer Umgebung gewesen sind. Was genau Umgebung heißt, ist schon mal ein bisschen schwer zu definieren. Wir haben uns das, oder wir haben das mehrfach ausprobiert. Mal geht diese Umgebung weiter, mal ist sie kürzer. Ich meine, das ist ein Bug. Und das ist übrigens nicht der einzige Bug, den es da mit der Taucherbrille gibt. Ihr könnt nämlich auch deutlich schneller von einem Punkt zum anderen kommen. Das zeige ich euch hier wieder in Löwenstein. Und zwar müsst ihr dafür euch nur die Taucherbrille aufsetzen, nach vorne dodgen und dann den Zweierskill gedrückt halten. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, war das jetzt relativ schnell. Und ich zeige euch das Ganze nochmal, damit ihr ein grobes Bild davon habt, wie das Ganze aussehen kann. Also der normale Fall geht deutlich länger in Löwenstein. Aber mit diesem Trick überholt ihr selbst Leute, die vor euch bereits gesprungen sind. Ja, das soll es mit diesem Video an dieser Stelle gewesen sein. Beeindruckt eure Freunde ein bisschen damit. Und wenn es euch gefallen hat und ihr andere Videos in diesem Sinne haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.